ok hier spielen die stoneys der stoneys spielen wir Leute wollen wir mal rin gucken Tag 1 kleines Rohstoffpaket Tagesüberraschung bisschen Holz sammeln und kann den hier auch anklicken dass er hier mal selber was sammelt kann er hier ein paar Bären sammeln und ernten wir brauchen ja mal ein bisschen was zu futtern gegenüber müssen wir erstmal sehr sehr viel Holz sammeln Leute dauert ja ewig bis ich hier irgendwie mal irgendwas gemacht habe irgendwo hatte ich doch hier schon irgendwie warte mal hatte ich hier schon irgendwas gebaut was ist das dunkel hier ok das hat er jetzt gemacht die ganze Zeit oder was will er mich verarschen oder was ein bisschen Bären brauchen wir auch noch wir müssen ja was essen man wir müssen auch ein bisschen gucken dass unsere Anzeige oben 36 von 50 dass wir da nicht zu wenig Essen haben dann auf Bären sind immer gut wollen wir mal ein bisschen was essen gehen hier guck mal Bären essen Nährwert 1 Held im Lager 4 Stunden göttliche Kunst vor allen Dingen wie war denn das ihr drückt halt nur und dann da oben rauf so Pilz können wir auch noch auja Pilz war auf jeden Fall sehr nice Pilz war sehr nice steht nur ein Weg rum der Vogel kann ich nicht kann ich nicht ja was willst du denn von mir so Holz okay ja 1 2 1 kann man das machen oder was ist denn das kann man nicht machen ne ok können wir nicht können wir nicht kann man nicht ach was willst du von mir fünfmal was kann ich damit machen Information von Bären göttliche Kunst ja alles klar das weiß ich ja ich muss ja mal ein paar Steine machen hier lass mal Karlsson hier hinten ein bisschen arbeiten und wir machen hier noch ein paar Steine Baumaterial liegt jetzt bereit der Stony kann anfangen den Werkzeugplatz zu bauen tippe ich ihn mal an nein mach ich das doch mal so jetzt hier alles klar bau das Ding gut nun schicke den Stony zum Bauplatz damit er den Bau beginnen kann das genau das soll er nämlich jetzt machen mit göttlichen Kristallen kannst du Wunder wirken wirke das Wunder der Veränderung um den Bau sofort fertig zu stellen klicke hierfür erst einmal auf die Baustelle alternativ kannst du auch Rohstoffe sammeln wo ist meine Baustelle das Ding hier oder nicht ne wo ist meine Baustelle hier oder nicht ne achso hier das ist meine Baustelle eigentlich ja ok es ist soweit schließe den Bau des Werkzeugplatzes ab alles klar rücken wir drauf zack fertig das ist mein Werkzeugplatz ok Faustkeile herstellen brauche ich um auf jeden Fall um die kleinen Hasen zu jagen Leute weil ich will ja ein ganz erfahrener Jäger werden also wollen wir mal irgendwas herstellen so Faustkeile Steinbeil auch sehr geil ok wir kümmern uns erstmal um die Faustkeile damit können Stonies unter anderem gefallene Bäume verarbeiten und Grasbüschel schneiden sehr schön wir brauchen sieben Steine und minus zwei an Dings essen und und dauert eine Minute zum Herstellen halt ok ich tippe nur noch auf herstellen herstellen für die beiden Faustkeile brauchen wir als Material 20 Steine das sollte für dich und den Stony doch kein Problem sein nope das wird er nicht rum sitzen warum was ist los warum sitzt er da rum was macht er da was willst du hier von mir achso er baut was ok alles klar ok ok essen immer an essen denken Leute tack plus 28 oh geil nice 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 was soll ich mir Kursche Kross hier ok ok ja nehm ich erstmal mit Kross nehm ich erstmal mit wir wollten ja alles haben wo ist denn die Granate hin hierrand hier was macht der da unten eigentlich da und da ne so macht er jetzt irgendwas ja ok ja mach doch auf jeden Fall baut er jetzt erstmal wir nehmen erstmal gleich wieder einen Pilz zu uns zack und dann gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen sammeln Rohstoffe Leute am besten immer Pilze Pilze sind gut scheiß Pilze jetzt Schlitze ich weiß noch nicht was das für ne komische Blume ist hier aber das auch erstmal ja mal solange wie der Onkel noch baut können wir hier noch irgendwie hin und her eiern zick zack zick zack der wird dann nicht oh ist er fertig oder ist er fertig ist er fertig wo brennt er hin no zack oh Läschenruf hat sich dein Stamm angeschlossen alles klar Leute wir haben jetzt einen zweiten Stoni einen Stoni einen Stoner haben wir einen zweiten Stoner haben wir einen zweiten Stoni haben wir Leute kann ich den jetzt anklicken und dann kann er hier gleich Fasern sammeln kann er nicht ja ist mir schon klar so achso ja Rohstoffquelle ist leer alles klar wir müssen ja mal gucken hier so eine Schnur herstellen 30 Sekunden und Grasbündel brauchen wir für Dach ok wir machen jetzt erstmal Schnur zack los Stoni Schnur machen Feuer frei und der andere Stoni kann der auch gleichzeitig jetzt hier zu viel Arbeiter alles klar dann macht der macht dann jetzt hier ein Steinball nicht ne wir machen jetzt hier nochmal Faustkeil ein wir machen gleich zwei zwei Faustkeile so was ist los mit dir ich hab zu dir gerade gesagt du sollst hier zwei Faustkeile machen achso ich hab ja nicht genug Stein ach Leute dann machen wir erstmal Stein hier ne kommt sie jetzt her jetzt kommt sie erstmal der andere macht jetzt Schnur ok Schnur haben wir fertig und dann macht Stoni mal gleich noch eine Schnur weil wir brauchen zwei Schnüre oh was macht er denn hier was macht er er ist fertig zweimal Wolle Garn ne scheiße Schnur war die Wesen Leute Schnur wir brauchen noch Schnur komm du kannst hier gleich weitermachen mhm alles klar mach ich mach ich ähm ähm hier ne ne hier ne oder nun äh äh wo war'n der kack 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 hier unten ne das ne Fützbein warum müssen hier 98% eigentlich Steine oder was ne äh mach das doch mal weg hier alter was ist denn das hier Epoche 1 ja äh genau bauen Haus ja ist mir klar dass ich ein Haus bauen soll das hier ne doch das hier das war ah das war der Baumodus aha ok Faserstätte haben wir was ich jetzt hier wirklich so eine dämliche Hütte bauen das wollte ich doch noch gar nicht ich will ja keinen Familie grün machen ja dann mach hier so eine blöde Grashütte hier irgendwo hin wohin machen wir die jetzt da mitten auf dem Stein oder was ne hier unten ne so schön in der Nähe eigentlich ne ja nicht so weit weg von unserem Platz hier so Brunz okay los Grasbüschel herstellen Gras sammeln 100 mein Gott alter quatsch mir doch nicht voll Mensch so jetzt hier nein will ich nicht will ich doch gar nicht so 10 mal kann ich das jetzt hier her ja ich weiß achso ich muss ja immer noch so eine Dinger machen ne so dann machst du jetzt hier sammeln und ich mach jetzt hier noch so ein bisschen mit so wo ist denn hier überhaupt meine Olle wo ist denn hier überhaupt meine Olle wo ist denn hier schon wieder hin? ja da pennt die da oder was? komm hier äh 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 ja jaa 47 davon ditte davon und ditte davon dann können wir doch eigentlich äh ach man wie liegt das immer mit dem dittding hier ich muss hier hin so auswählen achso ne ich muss ja erst mal das andere da herstellen das komische Zeugs hier das Dingens da kann ich jetzt hier aufklicken oder wie? ja achso ne ich brauche 147 ja Mensch ich weiß ähm 8 habe ich jetzt 100? ne habe ich nicht dann müssen wir hier selber noch ein bisschen was machen haben wir gleich Leute gleich haben wir das so wir haben 100 erreicht dann können wir jetzt ok haben wir auch erreicht dann können wir jetzt äh äh hier so jetzt wer macht das? er weil ist der Bauherr tak genau macht er das jetzt? jawohl jetzt macht er das sehr schön sieht zwar aus als wenn er da was isst aber ne ich glaube der macht jetzt die Grasbüschel 10 Stück soll er machen ne oh ich glaube mein Stoney ist fertig ich glaube wir können unsere Hütte angucken Leute warte ich muss schnell fertig machen wollen wir unsere Hütte angucken ah jetzt Leute passt auf jetzt passt auf boom boom toll deine Stonies wissen nun wie man Dinge herstellt und Gebäude baut nun können sie eine Familie gründen was? ne 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 so schnell hättet ihr nicht jedenfalls sehr nice die Hütte sieht richtig gemütlich aus zu dem dem schienen sich beide Stonies mittlerweile sehr zu mögen lass uns doch ein wenig nachhelfen tippe mal auf den Machtbalken ne will ich nicht wird jetzt hier in love gemacht in love jetzt machen wir in love okay in love wähle beide Stonies aus zack zack Hütte okay okay haben sich ineinander verliebt alles klar nice dann sind die jetzt in love okay mal gucken was denn passiert was macht er hier ach so 81% ne dann kann er in der Zeit hier noch irgendwie was machen so was Lerchenruf und Blitzebein werden ein Kind bekommen Leute es soll Kletter heißen echt jetzt echt jetzt Kletter wird null Talentpunkte von seinen Eltern her Kletter wird in 3 Stunden 59 Minuten und 20 Sekunden circa auf die Welt kommen alles klar neuer Name wir lassen mal Kletter oder Leute wir lassen mal Kletter alles klar bleibt so Kletter bleibt so auf jeden Fall haben wir 15 Steinpunkte gekriegt hier oder irgendwas keine Ahnung keine Ahnung was haben wir hier kriegt hier irgendwelche was weiß ich hier okay ja ja ist mir klar so in 3 Stunden kommt Neutkind zur Welt alles klar war das hier los fertig oder nicht okay hier mal das und genau jetzt können wir jetzt machen wir uns nämlich einen Steinhammer Leute damit irgendeiner von den beiden Pfeifenköppen nämlich so einen Steinhammer herstellen kann und dann kann ich die Größen großen Klötze hier nämlich zerkloppen dann wollt ihr den hier selber machen nervig irgendwann hier alles selber zu machen so los hier mal weiter wie sieht es hier drüben aus bei den Bäumen haben wir noch ein paar große ja auch haben wir noch ein paar Stämme haben wir auf jeden Fall noch so meine Freunde Hütte haben wir gebaut Faserplatz haben wir gebaut Werkzeugplatz haben wir gebaut wir können auch so viel machen aber ich würde sagen das machen wir beim nächsten Mal ich hoffe ihr seid nächstes Mal wieder dabei wenn wir die Stonys weiterspielen wir haben auf jeden Fall schon mal ein Kind gezeugt namens Kletter ach das dauert noch 4 Stunden ihr seht das selber bis das dann irgendwann mal geboren wird ähm jo wenn euch meine Videos gefallen wie immer lasst ein kleines Like da ein Abo auch ihr könnt auch gerne was in die Kommentare schreiben ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und immer dran denken schön anständig bleiben haut rein dann 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 Vielen Dank.